Herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit Broker Finmax und meinem großen Konto. Ich halte 60 Sekunden bis 2 Minuten, mein Starttrade beträgt hier 2.000 Euro. Als nächstes suche ich mir einen passenden Trade im Metatrader 5 nach meinen Einstiegskriterien. Ich mache wie immer zwischen 2 und 5 Trades. Out US-Dollar sieht ganz gut aus, allerdings müsste der Kurs noch etwas fallen. US-Dollar, Kanadisch-Dollar. Sieht auch gut aus, hier steige ich ein. Und nochmal. Und noch ein drittes Mal. Und noch ein drittes Mal. Sieht aktuell sehr gut aus, alle 3 Trades sind im Gewinn. Wenn du wissen willst, wie ich das mache und diese Strategie erlernen möchtest, dann bewirb dich für mein Privat-Einzel-Coaching 10.000 Euro pro Monat. Noch 10 Sekunden. Perfekt. Perfekt. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Adios. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.